Ich würde ja gerne sagen, Sauerei, jetzt bin ich so gut, aber ich weiß, die Einzige, die tot war, das hört sich dann vielleicht... Ja, ich bin immer tot, egal, was ich spiele. Keiner will deinen Stab haben, ne? Keiner will dein Stiebchen nehmen hier. Der kann es nicht gepackt lassen, ey. Ich finde das voll geil mit dem Stab. Ich finde den Angriff so geil, wenn du mit dem schlägst und dann der sich leuchten ist beim Schlagen. Fällt mir mega gut. Hier ist es auch gut, auch mit der Steuerung. Gut so. Ich finde die Stellen nicht offen. Ich habe früher auch sehr gerne gespielt auf PS3 Avatar, wo das rauskam. Also hier nicht der Elemente, sondern mit dem Blauen. Und auch da die Welten und so war auch richtig schön, auch mega groß. Auch Online Multiplayer war da auch richtig cool. Mhm. Und das erinnert mich sehr daran hier, diese Map, dieses Waldmäßige. Ja, Battlefield habe ich auch früher noch geliebt. Die alten Teile. Bad Company und solche Dinge. Die waren richtig cool. Die waren genau, die waren echt die besten. Ja, und dann wurde es nur noch schlechter. Ja, aber bei mir läuft es hier aus. Braucht man aber jetzt gerade nicht die NPCs, können wir weiterlaufen. Ja. Ja, nur, dass ihr vorsichtig seid. Battlefield habe ich die ersten zwei damals, glaube ich, gespielt. Was ist denn hier? Xperr. Kurz sammeln. Ja. Die ersten zwei. Battlefield. Und Half-Life, das habe ich gesuchtet damals. Oh, Half-Life. Das alte Ding. Auch ein, auch ein sehr bekanntes, beliebtes Spiel, ja. Ja. Hier ist meine Loot. Das ist alles mir. Hier draußen ist Muni. Ach. Muni, ja, ich habe, wir haben doch, wir starten wie immer mit Max-Munition eigentlich, oder? Nee, man kann immer einsammeln. Achso, nee, bei mir glaube ich nur, weil ich eine Zusatztasche habe. Oh, ein Sniper. Da ist er. Achso, da ist er nicht. Nee, Sniper, oh. Oh. Nein, Entschuldigung, ich wollte das aufhören. Ist das ein Sniper da irgendwo? Ja. Oder? Ist das ein Sniper, oder ist das er? Ich weiß es nicht. Nee, also hinten auf dem Ding ist ein Sniper. Er lebt noch. Bleib stehen. Lass dich töten. Ist der NPC hier? Ist hier. Hinter uns oder was? Nee, NPC nur. Sind wir jetzt? Lass mal hier, äh, genau, das Bleibenzogen zum Ziel gehen. Oh nein, jetzt geht's. Ja, ich bin nicht nur bei dir. Wir sehen Prover alleine hier. Ich bin bei dir. Der hat die Panzerbe... Hat er gemacht? Hinter uns, hinter mir, hinter mir. Oh, oh. Ja, ja, ja. Oh, ich konnte die nicht markieren. Ich habe mich an deinem Beleben. Oh, ich komme hier. Hallo. Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. Voller Brauch. Verzögeriert. Ich klaut deinen Stab und bring die Luft. Nein. Oh, ey. Das sieht doch mal cool. Ich finde das cool, dass du in einer separaten Kurianemacht reinkommst. Cool. Ich muss ja diesen blöden NPC hier vorne erstmal abzuhalten, sonst alle... Ja, und wir sollten das Zeug aktivieren, damit wir Artisort holen können, sobald es... Ja. Er ist wieder hier. Sehr cool. Das schafft. Karaka, lauf nicht so weit weg. Zwei von drei. Er ist hinter mir. Er war hinter mir. Da hinten. Okay, okay. Hier noch. Ach, du bist tot. Ach, ja. Ah, aber derjenige, der tot ist, der sieht man die Verstärkung. Okay, das ist gut zu wissen. In 10 Sekunden kommt die Verstärkung. Achtung, Achtung, Achtung. Seid ihr bei mir? Ja. Ach, du bist das. Ah, bei mir. Ach, scheiße. Aber ich konnte ihn noch markieren, glaube ich, oder? Ach, du bist auch. Du kannst noch hier aufheben. Ja, er liegt. Echt? Mach das fertig. Verstärkung verfügbar. Mach ihn tot. Lauf, lauf, Explosionsradius. Explosionsradius. Oh, fuck. Ach so. Oh mein Gott, du bist rauslaufen. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ja. Belebt mich wieder, lauf dann raus. Vielleicht nicht genau. Na, für mich auch nicht. Doch, doch, ich schaff das. Das andere Wildschwein. Sprinte, du versprittest nicht. Ja. Sprinte, du sprintest nicht. Doch, ich bin ja schon draußen gewesen. Ach so. Ach so. Ach so. Na, schade. Aber die ist am Anfang nicht gelaufen, wo ich hier gesprintet habe. Ich denke so, scheiße, warum läuft die nicht? Äh. Aber waren die, waren die Leben echt, einmal waren die schon weg bei dir eben? Was, bei wem? Ja. Das war echt, boah, ich sehe das gar nicht, ey. Ich sehe das so selten. Das ist aber auch gemein, weißt du, bei dbd würde ich jetzt noch hinrennen, den vom Haken holen und mich dann opfern. Und hier musst du sagen, scheiß drauf, ich renne jetzt weg. Wir sterben uns beide. Ja. Einer muss die Geschichte erzählen. Ich möchte es sein. Genau, genau. Genau. Lass den Zufall entscheiden. 50, 50. Wer darf heute Abend im Bett schlafen und wer muss auf die Karotte schlafen? ich bin schon halb im Wald bei ... Ich muss üben, ich muss besser werden. Ich sag ja, achte auf die roten Streifen in den Bäumen, ne? Ach, nö! Ne, was? Minigun? Echt jetzt? Cool! Was denn? Lass mich! Jaaaaaaaaaaaaaah! Oh, hab ich die falsche Klasse genommen jetzt? Ach, ist, egal. Super! Leift! Ich kann dir meine Aufnahme geben. ich spiele dann im weiblichen also nicht von den brüsten ablenken lassen stehst du so davor wer weiß ob du gleich runter springt sich auszieht und alle denken da bin ich langsam mit der endgang so wieviel schuss hast du mit der 300 300 scheiße einmal kurz gucken wie schnell die schießt nicht auf mich bitte mach mal einmal schießt mal okay 50 schuss 50 alter was für die in dieser nicht mal eine sekunde 40 schuss ok dies auch vollautomatisch wie call of duty die a30 gefällt mir auch oh mein gott die muss ich mir auch gleich nehmen ich war gerade sagen wer von euch lacht denn jetzt hier so schäbe das team hat sie jetzt da immer so dass wir haben ja die ist edel die kann scheiße aber ich immer vollkürzt damit zu sprinten wie mit der pistole da hat jemand mal resident evil ich glaube fünften teil war es oder im vierten gespielt da waren auch diese militär zombies drin da hat ja auch einer ständig diese gettlingern dabei und er ging mir so auf und sagt ich dachte gerade das sind sich leben wollen wir wollen nicht das ist nicht zusammen wir stehen hier ich gebe dir rückendeckung gehen wir gehen wir richtung mission wir sind gar nicht ich habe gar nicht die rückendeckung gegeben sondern manche schön ich gebe dir rückendeckung aber trotzdem ich denke da muss ja wenn wir hier hinten sind das geht doch nicht schon an oder glaube ich muss oder kommt man nicht hoch sind wir hier gelandet sackgasse lassen wir die einfach oben mal wir wollen sicher sein und keine angst wo ist es nicht so viele sachen oh mein gott ach npc nein ich ich sehe was jetzt los ich mache ich sehe was jetzt los ich sehe was jetzt los ich habe schon mal die sachen auf äh nichts weiter auseinander ja deswegen bin ich zu dir jetzt gerade ja das ist dann ganz gut wegen 22 genau oh jetzt hier vorsicht ich höre das schnetzeln ja habe ich auch gerade gehört wo warum bist du so ruhig keine ahnung ich werde nicht trinken als kuchen ja ne ich habe kein plan was ich drücken muss ja frankiert naja nice ja aber gleich nicht mehr aber gleich nicht mehr alles mache ich schön die aufgaben weiter mhm ich versuche euch fürs deck kommen zu gehen ich komme nicht hoch ach die sonden die sonden wo 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 markiert oder oh hier oben hier oben hier unten oder oben ja oben oder was ja oben ja spreng den baum ach da oben ach da oben ah ja 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 hier kommt runter hinter dir ich mach auch in Deckung so mach ich als jetzt nein 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 oh komm schon mach 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 hast du überlebt? ja ok ok das gefällt mir gefällt mir wir müssen da hoch irgendwie ne wo ist denn das ja da hier hier oben hoch hier rein ja hier ist munition ach hier jetzt nehmen wir uns zum baum die munition nachfüllst hast du 300 600 ich kann mich hier nicht bewegen jungs lasst mich mal raus das war es oder kommen ganz viele das war richtig die minigar bei den mpcs ein wir müssen nur die mpcs töten die sind hier draußen alle warte komm mal die minigar nicht alle hier links draußen bei mir pack die maus und mach die mal hier in der linie alle weg hier 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 wenn du hier reingehst da stehen wir alle die granate auch eine granate kurz wieder weg jeder in schade nach hier ist es kommt lasst euch schnitzeln ähm die medan zu müssen die zeit ach hier ist die zeit ich wollte sagen nee ich habe hier noch drei hallo ich habe hier kräftig ausgeteilt warum sind jetzt jungs hier am abschlagen ich fühle mich leicht diskriminiert gerade wie ich mich fühle ja du bist tot du kannst gar nichts mehr fühlen du bist so eine übermächtige kreatur und dann stirbst du was ich habe dich auch getötet einmal oder ja das ist das ist das ist das ist